Diktat 3 Sprache und soziale Herkunft Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kinder ihre Muttersprache schneller und besser lernen, wenn sie intensiven Kontakt mit Erwachsenen haben. Bei einer großen Untersuchung in Schottland hat man entdeckt, dass die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern aus großen Familien nicht so gut waren wie die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern aus kleinen Familien. Man weiß auch, dass Zwillinge oft sprachlich zurückbleiben. Sie entwickeln nämlich eine Privatsprache, die für ihre Unterhaltungen untereinander ausreicht. Kinder, die in Heimen aufwachsen, zeigen ebenfalls sprachliche Schwierigkeiten. Bei der Überprüfung der Intelligenz fand man heraus, dass sie weniger leistungsfähig sind als Kinder, die in der Familie gefördert werden. Heimkinder stellen auch weniger Fragen als andere Kinder. Offensichtlich haben sie auf ihre Fragen so selten eine angemessene Antwort bekommen, dass sie allmählich das Fragen selbst aufgegeben haben. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, Komma Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, Komma Dass Kinder ihre Muttersprache schneller und besser lernen, Komma Dass Kinder ihre Muttersprache schneller und besser lernen, Komma Wenn sie intensiven Kontakt mit Erwachsenen haben, Punkt Wenn sie intensiven Kontakt mit Erwachsenen haben, Punkt Bei einer großen Untersuchung in Schottland Bei einer großen Untersuchung in Schottland Hat man entdeckt, Komma Hat man entdeckt, Komma Dass die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern aus großen Familien, Dass die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern aus großen Familien nicht so gut waren wie die sprachlichen Fähigkeiten, Nicht so gut waren wie die sprachlichen Fähigkeiten, Von Kindern aus kleinen Familien, Punkt Von Kindern aus kleinen Familien, Punkt Man weiß auch, Komma Man weiß auch, Komma Man weiß auch, Komma Dass Zwillinge oft sprachlich zurückbleiben, Punkt Dass Zwillinge oft sprachlich zurückbleiben, Punkt Sie entwickeln nämlich eine Privatsprache, Komma Sie entwickeln nämlich eine Privatsprache, Komma Die für ihre Unterhaltungen untereinander ausreicht, Punkt Die für ihre Unterhaltungen untereinander ausreicht, Punkt Kinder, Komma Die in Heimen aufwachsen, Komma Kinder, Komma Die in Heimen aufwachsen, Komma Zeigen ebenfalls sprachliche Schwierigkeiten, Punkt Zeigen ebenfalls sprachliche Schwierigkeiten, Punkt Bei der Überprüfung Bei der Überprüfung der Intelligenz fand man heraus, Komma Dass sie weniger leistungsfähig sind als Kinder, Komma Dass sie weniger leistungsfähig sind als Kinder, Komma Die in der Familie gefördert werden, Punkt Die in der Familie gefördert werden, Punkt Heimkinder stellen auch weniger Fragen als andere Kinder. Heimkinder stellen auch weniger Fragen als andere Kinder. Offensichtlich haben Sie auf Ihre Fragen so selten eine angemessene Antwort bekommen, Komma, dass Sie allmählich das Fragen selbst aufgegeben haben, Punkt. Dass Sie allmählich das Fragen selbst aufgegeben haben, Punkt. Diktat 3 Sprache und soziale Herkunft Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kinder ihre Muttersprache schneller und besser lernen, wenn sie intensiven Kontakt mit Erwachsenen haben. Bei einer großen Untersuchung in Schottland hat man entdeckt, dass die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern aus großen Familien nicht so gut waren wie die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern aus kleinen Familien. Man weiß auch, dass Zwillinge oft sprachlich zurückbleiben. Sie entwickeln nämlich eine Privatsprache, die für ihre Unterhaltungen untereinander ausreicht. Kinder, die in Heimen aufwachsen, zeigen ebenfalls sprachliche Schwierigkeiten. Bei der Überprüfung der Intelligenz fand man heraus, dass sie weniger leistungsfähig sind als Kinder, die in der Familie gefördert werden. Heimkinder stellen auch weniger Fragen als andere Kinder. Offensichtlich haben sie auf ihre Fragen so selten eine angemessene Antwort bekommen, dass sie allmählich das Fragen selbst aufgegeben haben.